gibt es ein hinweis auf das rätsel dort in der hauptkammer ich hoffe ihr wartet nicht schon wieder ein bosskampf ja wir können ja bei den waffen schon was loswerden die können wir verkaufen das müsste reichen erstmal so wo sind wir hergekommen von da oben das rätsel war da drüben in der alle das ist jetzt an was sind wir jetzt hier aha warte da ich weiß doch noch was wir machen müssen wirbelwinsprinnt wirbelwinsprinnt das gibt es doch nicht eine stelle aktivieren sag mal nieder du kommst du so nicht mit das gibt es nicht stunden später nieder ich renne dich um das wäre es fast gewesen nieder ich weiß ja was ich tun soll da ist diese blöde mauer am weg jetzt ist durch geschafft sag mal ich krieg das schon hin irgendwann ich krieg das schon hin irgendwann 520 versuch ich will hier nicht sagen bleib stehen weil sonst bleibt es unten stehen machen wir es nicht mehr das geilste doch das ist doch sag mal gibt es denn sowas ich kotze insessen ich kotze im strahl als wolle das spiel nicht dass wir dadurch kommen und nur weg zurück geht immer zumindest etwas ok dieser ton nervt mich jetzt schon dermaßen ich bin Ich bin da, ich bin da. Nein, du ist ja. Puh Lydia, wie bist du da durchgekommen? Oh oh, das ist doch mal jetzt Ahem Bin ich gleich tot, weil ich auf die Fallen getreten bin Haben wir irgendwas im Momentan Drennen können? Okay, ich glaube wir müssen hier lang Einfach durchdrehen ist auch manchmal eine Möglichkeit Durch das Rätsel, was offensichtlich nicht dafür gedacht war Oh nein Drachendood, ich muss euch sprechen Dringend Mietet das Drachenzimmer im Gasthaus Schlafender Riese im Flusswald und ich werde euch treffen Euer Freund Und jetzt raus hier Und zwar schnell Oh Eisenblatt und Helm Zu schwer zu rennen Was soll es? Oh, ein Ring Ich habe Angst was da draußen los ist Obwohl er jetzt nicht aussieht Obwohl er jetzt nicht aussieht Los nehmen wir aus Das können wir los werden Irgendwas hatten wir hier Gut ist nur Robert Nix Die Rüstung, die waren besser Die Ahem Oh, stärker die Gesundheit ist sehr gut Ich könnte tragen Da waren wir schon Ein bisschen Geld nicht immer Das haben wir schon wieder fast 500 So viele Ringe hier Kann ich gar nicht tragen So viele Ringe hier Kann ich gar nicht tragen Kann ich in diesem Spiel nur einen tragen Was merkwürdig ist Stufenaufstieg möglich Na dann machen wir das doch Was wollen wir erhöhen Ausdauer die Gesundheit Magiker Gesundheit Das ist so Ich habe mal Talente zu verbessern Kann man die Schreie verbessern Besser Preise bei Händern ausschlagen Das ist das nehmen wir Falschen Das ist das Erospreis sind um 10% niediger Verkaufspreis um 10% höher Sehr gut Mehr Geld Gegen das Monster was da aus dem Wasser kam Will ich gar nicht kämpfen Noch nicht Ich komme später nochmal her Muss noch nicht sein Jetzt erstmal schnell hier raus Wir haben die Quest abzugeben Wir haben keine Quest aber Was haben wir jetzt gefunden Und wen Hohn sollten wir finden Das haben wir ja noch nicht gefunden Trifft sich mit dem Dieb des Hohns Ja da gehts raus Ich hoffe hier ist nicht mehr viel Was uns daran auffällt Der Ausdauertank Gehen wir noch ein bisschen Geld mitnehmen In Spielen muss immer ein bisschen Geld Geld sein Um mit ihnen gelassen zu können Und hält dran Ich nehme ich gerne Und weiter hier Da ich auf einer Map noch eine große Karte gesehen Schädigstes Buch Ach naja Muss man vielleicht irgendwie verkaufen Irgendein Ei Hier jetzt Karnatstein Teuer, Teuer verkaufen Trink ist jetzt auch was wert Zum Verkaufen noch für uns Zum Verkaufen noch für uns Bluten lohnt sich Heldungstrank Oh Oh ein Ring Okay Ich nehme jetzt so viel Tränke dabei Ich würde nur mehr Heiltränke dabei wären So Und mit der Lootereihe raus hier Hat man auch die Kessel mitgenommen Waren wir hier schonmal Ich glaube ja Die Neugelooter Leichen Waren wir hier Waren wir hier Es sind so viele Leichen Wir sind so viele Leichen Es sind so viele Leichen Sieht gut gelootet aus. Ja, das war doch dein Gang hier. Lass uns rein kommen. Ich gehe raus hier. Ich habe mein Pferd noch rumstehen. Ich hoffe, der steht auch noch wirklich. Das ist nicht durchgegangen. Na, dann kommen wir zu. So, wo ist der Dreckige Dieb? Die Flussweithälfte hält er sich auf. Sieht so aus. Na dann, da werden wir ihn finden. Und wir sind schon Stufe 6. An welcher Stallung? Ich müsste irgendwo mein Pferd unterbringen. Jetzt bin ich hier auf die Koppel. Das ist auch das Haus von unserem guten Freund. Aha, ein Gasthaus. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Ihr seid dieser Gast und habt ihr herumgeschnüffelt. Das Dachzimmer. Was soll ich noch machen? Sekunde. Guck mal in die Notiz. Ich glaube, das Dachzimmer soll noch mieten. Und wenn du Schlaf vermutet, dann... Das Dachzimmer... Das Dachzimmer ist jetzt... Das Dachzimmer. Das können wir noch mal lesen irgendwann. Das Dachzimmer. Dachzimmer im Gasthaus, schlafende Riese, okay, das machen wir. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Das Zimmer unter dem Dach. Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Hier in Flusswald kommen nicht viele Reisende vorbei. Jetzt sind wir auf der linken Seite. Ich will mir nicht so, ob ich hier schlafen will. Komm rein, Lydia. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ja. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Klingt am Blügel. Das klingt nicht gut. Gibt nach Bedrohung damals. Ich hoffe, sie will uns nicht angreifen. Das ist ja äußerst dumm. Bleibt draußen, Lydia. Schließt die Tür. Lydia, hast du gehört? Nun können wir reden. Oha. Das ist ein Internet. Das Buch vom Drachenblut. Aha. Ich darf mal. Das Buch vom Drachenblut. Von Prior Emaelina Madrin. Oden des Talos. Minor Priore. Jahr 360 der 3. Ära. 21. Jahr der Herrschaft seiner Majestät. Teil requisiten. Pelagius. Im 4. Viele Menschen haben den Begriff Drachenblut gehört. Wir werden schließlich von den Drachengeborenen Kaisern regiert. Doch die wahre Bedeutung des Begriffs wird nicht überall verstanden. Und zwar uns vom Ohren des Tados liegt das Thema sehr am Herzen und in diesem Buch würde ich versuchen die Geschichte und Bedeutung derer zu beleuchten, die im Laufe der Zeiten als Drachenblut bezeichnet wurden. Die meisten Gelehrten sind sich einig, dass der Begriff zum ersten Mal in Verbindung mit dem Pakt von Akatosh verwendet wurde, als der gesegnete Sankt Adesia das Ammonett der Könige überreicht und die Drachenfeuer im Tempel des Aenon zum ersten Mal entzündet wurden. Akatosh, der voller Mitleid auf das Elend der Menschen sah, nahm kostbares Blut aus seinem eigenen Herzen und segnete Sankt Adesia mit diesem Blut der Drachen und schloss ein Pakt. Solange Alesias Generation dem Drachenblut treu bleiben würde, würde Akatosh dafür sorgen, dass die Torens Reich des Vergessens versiegelt bleiben und ihren Feinden, den Daedra-Niebhabern, der Erweiden, der Zugriff auf die Armeen der Daedra und Untoten versagt sein würde. Wer von Akatosh mit dem Drachenblut gesegnet war, wurde ein Fach Drachenblut genannt. So bestand die Verbindung zu den Herrschern des Kaiserreichs von Anfang an. Nur ein Drachenblut konnte das Amulett der Könige tragen und die Drachenfeuer uns zünden. An der rechtsmäßigen Herrscher des Kaiserreichs waren Drachengeborene. Dann werden wir die Linie wohl durchkreuzen. Ich habe nicht vor, Drachen, das Kaiserreich begann zu schließen. Die Kaiser und Kaiserinnen des von Adesia gegründeten ersten syrodischen Kaiserreichsrebenmann, Syrodie und seine Erben sind natürlich Tiber und Septim. Und seine Erben bis hin zu unserem derzeitigen Kaiser, seine Mastid, Pelagius Septim IV. Doch wegen dieses Bezugs auf den Kaiser geriet die andere Bedeutung des Drachenblutes aus dem Blickfeld. Und zum großen Teil in Vergessenheit, außer bei den Gelehrten und jenen von uns, die sich dem dienstabend gesegneten Thanos verschrieben haben, der einst Tiber Septim gewesen ist. Nur wenigen ist klar, dass es sich nicht bloß eine Sache der Vererbung ist, ein Drachenblut zu sein. Ach, sind wir vielleicht verwandt mit dem Kaiser? Oh, das wird... Da es sich um den Segen von Akratosch selbst handelt, ist das für uns nicht fassbar, wie und warum genau er gewehrt wurde. Jene wie Kaiser werden uns die Drachenfeuer entzünden, ein ganz gewiss Drachen geborene. Der Beweis liegt im Tragen des Amuletts und im Entzünden des Feuers. Doch waren sie von Anfang an ein Drachenblut und aus diesem Grund in der Lage, diese Dinge zu tun? Oder waren ihre Handlungen vielmehr das Zeichen dafür, dass Akratosch ihnen seinen Segen gewährte? Wir können nur sagen, dass es beides ist. Und keines von beiden. Ein göttliches Geheimnis. Die Linie der Septim war natürlich eines Drachenprobenoms. Das ist einer der Gründe, weshalb die vereinfachte Vorstellung dieser Eigenschaft Werde vererbt, sich so verbreitet hat. Und wir wissen mit Sicherheit, dass die frühen syrodischen, kynischen Herrscher nicht alle miteinander verwandt waren. Es gibt auch keinen Nachweis dafür, dass Rehmann syrodie von Alessia abstammte. Auch wenn es viele Legenden gibt, die dies behaupten. Die meisten von ihnen stammten aus der Zeit Rehmanns und sind vermutlich Versuche, seine Herrschaft zu legitimieren. Wir wissen, dass die Klingen, die für gewöhnlich als der Elbwache des Kaisers gelten, von den Alka-Miri-Kreuzrettern abstammen. Die Tamri in der späteren, späten Ära, späten ersten Ära aus undurchsichtigen Gründen überfielen. Sie schienen nach einem Drachenbrot gesucht zu haben. Das bestätigten auch die Ereignisse am fahlenen Pass. Und die Akaviri waren die ersten, die Rehmanns, die zum Dramen gut erklärten. Das ist wahr, dass die Akaviri ja meist dazu beitragen, sein Ansehen als Kaiser zu fördern. Wo Rehmanns selbst diesen Titel zu Lebzeiten niemals in Anspruch nahm. Natürlich gibt es keine bekannte erbliche Verbindung zwischen Tiva-Septim und einem der früheren Drachengeborenen Herrscher von Tamriel. Ungeklärt ist auch, ob es jeweils mehr als einen Drachenbrot der Zeit geben kann. Die Kaiser haben getan, was sie konnten, um gegen diese Vorstellungen anzugehen. Aber die kaiserliche Nachfolge selbst bedeutet natürlich, dass es zumindest zwei oder mehr potenzielle Drachengeborene zu jeder Zeit gibt, den jeweiligen Herrscher und seine Erben. Auch die Geschichte der Klingen lässt darauf schließen, obwohl von ihren Aktivitäten während des Interregendoms zwischen Rehmanns Kaiserreich und dem Aufstieg von Tiva-Septim wenig bekannt ist. Darum fiel, dass die Klingen in dieser Zeit weiterhin diejenigen besuchten und bewachten, von denen sie glaubten, dass sie ein Drachendut sein oder sein könnten. Schließlich kommen wir zu der Frage, was es tatsächlich bedeutet, ein Drachendut zu sein. Die Verbindung zu den Drachen ist so offensichtlich, dass sie beinahe in Vergessenheit geraten ist. Heute, da Drachen nur noch eine ferne Erinnerung sind, vergessen wir, dass in den trüben Tagen Drachenbluts bedeutete, das Blut der Drachen in sich zu tragen. Manche Gelehrte glaubten, dass das ganz wörtlich gemeint war, obwohl die genaue Bedeutung nicht bekannt ist. Die Not erzählten Geschichten von Drachenduteten, die große Drachentüter waren, zu mochten, den getöteten Drachen in ihrer Macht zu stehlen. Tatsächlich ist es wohlbekannt, dass die Akaviri während der Invasion viele Drachen jagten und töteten. Es gibt einige Hinweise darauf, dass dies noch andauerte, nachdem sie zu Glamon Sirudis Drachenwache wurden. Erneut eine der Verbindungen zu den Drachen, den direkten Vorgängern der Klingel von heute. Ich schließe mit dem, was als die Prophezeiung des Drachenbluts bezeichnet wird. Es wird oft behauptet, dass sie auf eine Schriftrolle der Alten zurückgeht. Gelegentlich wird sie aber auch auf die alten Akaviri zurückgeführt. Viele haben versucht, sie zu deuten. Manche glaubten auch, dass seine Vorzeiten bereits erfüllt seien und die Ankunft des letzten Drachenbluts unmittelbar bevorstehen. Ich heibe nicht den Anspruch, Prophezeiung auslegen zu können. Aber diese scheint mir in der Tat darauf hinzubehörten, dass die wahre Bedeutung von Akatoshs Geschenk an sich an die Sterblichen noch nicht in vollem Umfang verstanden worden ist. Wenn Tumult seinen Platz in den Acht Wünkeln der Welt einnimmt, wenn der Messingturm wandert, und die Zeit neu geformt wird, wenn die Dreifachgesegneten scheitern, und der große Turm erzittert, und wenn der Drachenblutherrscher an seinem Thron verliert, und der Weiße Turm fällt, und der Schneesturm dann niederlegt, zerstört, königlos buchend. Dann erwacht der Felsenfressant, und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, Sie haben recht. Ob heute lege ich ein Schweigegelübter ab. Nach diesem Text. Uff. Ich werde, es ist, es ist, es ist inhaltlos. Wir haben fünfmal das gleiche gelesen. Gott. Ich werde, ich werde, ich werde kein längeres Buch mehr gelesen. Ganz gerne. Das ist, glaube ich, wichtig, deswegen. Uff. Seit ich diejenigen, die das Wort genommen haben, entschuldigt, aber ich soll jemanden treffen. Die Graubärte haben recht, ich bin dann doch in der Polizei. Überrascht? Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Talmoor sind überall. Lydia hustete mit uns. Lydia, lass mir was zu erzählen. Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Spione, Lydia. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmoor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche, euch zu helfen. Ihr müsst ihr einfach nur zuhören. Was ich wann erkläre, entscheide ich immer noch selbst verstanden. Ihr wäret längst tot, wenn ihr mir nicht auf den ersten Blick gefallen hättet. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob an den Gerüchten über euch etwas dran ist. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Ja, wie soll man es beweisen? Vielleicht machen wir mal einen Schrei. Weil ich weiß, dass ich euch trauen kann. Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm, von euch überhaupt hierher zu kommen. Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmoor wart. Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Das ja, aber töten ist manchmal so eine Sache. Gut, und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Was heißt die vielleicht? Ah, ja. Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Boah, ein Stärkürwerf. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Das solltet ihr wissen. Ihr habt die Karte für mich besorgt. Den Drachenstein, den ihr für Fahrengar besorgt habt. Wisst ihr noch? Ihr habt also tatsächlich aufgepasst. Ich habe veranlasst, dass Fahrengar den Drachenstein für mich besorgt. Das ist meine Aufgabe. Ich sorge hinter den Kulissen dafür, dass die Dinge geschehen. Ihr seid ja auch schließlich hier. Ja. Eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten. Angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Künishain ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Künishain, dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Ich kann nicht warten, bis ihr eine Entscheidung trefft. Wir treffen uns in Künishain. Vergeudet auf dem Weg dorthin keine Zeit. Ah, ja. Die Drache, die Karte. Die ohne Rüstung. Waffen und so. 100 Rute, die sind halt. Feuerresistenz. Ich bin auf Reisen. Ich nehme die Taverne, die sich zurückbekommen. Feuerresistenz. Feuerresistenz. Feuerresistenz.